Wir beginnen mit deutschen Memes, die bei Sherin David zuhause sind, da schauen wir mal rein. Matze, Digga, dankeschön. Ah, dieses Intro. Alles klar. Digga, okay, da werde ich sogar taub, obwohl ich schon taub bin, Bro. Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen heute in alter Frische. Ganz so frisch sieht er aber da nicht aus. 2016. 2016. Leute, das ist... Sieben Jahre her. Mhm. Da war ich 17. War echt... Okay. Eine schöne Zeit. Haha. What the fuck? Was ist das? Ist das normal bei den Affen? Haben die das alle? Digga, das sieht aus wie seine Pissblase, Bro. Im Mädchen, der hat seine Pisse in seinem Mund. Junge, krass. Das ist ein Brüllaffe. Bruder, der hat gelacht. Das ist ein Lachaffe. Dankeschön, äh, Doc. Was soll ich sagen, Bro? Musst du, musst du Sub für giften. Leute, falls du jemals im Chelsea-Hotel sein solltet, dann bestellt euch da keine Pizza, die fucking 10 Pounds kostet. Warum? Warum denn nicht? Hahaha. Was ist das denn? Oh nein, Bro. Diesen Tisch wird nicht gelogen. Patsch. 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 Ich bin Kakakakalos. Nachname, die Klinge. Ich steh auf Weiber, gute Laune, fette Party und Schinken. Ich steh auf fette Weiber und Schinken? Höhöhöh. Ich bin Kakakakalos. Ich steh auf Weiber, gute Laune, fette Party und Schinken. Achso, fette Party und Schinken, nicht fette Weiber und Schinken. Okay, got you. Wichser. Ey, Leute, mein Kollege kann einfach backfliet. Macht. Das aus meinem Video. Das, äh, äh. Gott, Justin. Boah, das war krass. Einfach eins zu eins das Meme aus meinem Video gecroppt. Danke dafür, Bro. Kuss. Kuss, danke fürs Verlinken. You look exe, danke schön. Harmon im Baba Nerde Karsifim. Gott, Justin, danke. Alter, Romata, wenn ich dich das nächste Mal seh, werd ich dir so heftig in die Fresse hauen. So. Jetzt ist es durch. Scheid die ganze Zeit nur in Team Games aus. Trimax ist no joke der Mobber der Nation. Trimax ist der fucking Mobber der Nation. Zimax hatte recht. No joke. Was zur Hölle? Ich bin so aggressiv gerade. Du kannst dir das gar nicht vorstellen, wie die Schläge auf dich einprasseln werden. What the fuck? Warum? Warum? Servus, Freunde. Amma. Was? 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 Ich darf euch heute. Digger. Äh? Bro. Fucking weird champ. Hä? Ist das nicht die Begrüßung von Chaos gewesen? Was macht der, Bro? Was macht der? Was macht der? Was ist dein Goal? Ah, Drache Nord. Bist du Haararm? Was bin ich? Haararm. Nö, ich hab Haare auf dem Kopf. Sieht man doch. Haararm. Mark G. Bauer würde sich im Grabe umdrehen. Mark G. Bauer lebt noch. Tage Knast. 23 Stunden Zelle. Das erste, was man gemacht hat, nachdem man draußen war. Nach dem Gerichtstermin. Seine ganzen Freunde bekommen. Hat jemand Apurett gemalt im Gerichtssaal? Digga, es gibt eine Gerichtszeichnung von Apurett. Digga, no joke. Das kann nicht Apurett sein. Das kann nicht Apurett sein. Die Seiten sind nicht mal auf Siff hier. Die Seiten sind nicht auf Siff hier. Das kann nicht Apurett sein. Das kann nicht Apurett sein. Drossen war nach dem Gerichtstermin. Seine ganzen Freunde begrüßt, seine Familie begrüßt. Alle natürlich umarmt. Die Person, die mich anzeigen will, habe ich nie jemandem schlecht geredet. Ja, wenigstens beleidigt er niemanden, weil... Ich glaube, dann wäre es sogar ein Fahnengrund auf Twitter. Schönen Abend noch. Ciao. Und dann verpasst man seinen Flug. So. Moin, moin, ihr Schlingel. Ob euch allen geht's gut? Gerade schönes Frühstück gehabt. Mein Engel Agatha hat wieder mal gezaubert. Ihr kennt's. Ja, Bruder, was soll ich dazu sagen? Gestern ist hier gewesen, alles frei. Heute komme ich zurück. Ja, zum Kotzen, Digga. Der Typ hat einfach mal Montana Black studiert, Junge. Der ist bei ihm ins Haus eingebrochen und hat geguckt, wie er schläft. Darf ich gleich alles wieder freiräumen? Bisschen sauber machen, da hinten auch wieder Müll drin. Also, ciao, Kollege. So eine Scheiße. Hat er Wasser? Ja, super. So, jetzt gehen wir raus. Kennt ihr das, wenn's Dienstag ist und ihr einfach wieder wegen Sexualverbrechen gesucht werdet? Ja. 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 Perfekt. Einfach ins Go beim Führerschein. Los geht's! Kleiner, roter Traktor ist überall bekannt. Ist das richtig? Mit Jan am Lenkrad. Hatte der Traktor eine Waffe? Hä? Hab ich Alzheimer oder war das eben schon drin? Hab ich Alzheimer oder war das eben schon drin? Ob ich Alzheimer hab? Was hab ich gerade nochmal gefragt? Ob ich Alzheimer hab, oder? Bin ich der Einzige, der gedacht hat, warum boxt der gegen einen Dönerspieß? Nee. Nee. Ich hab's schon drin. Oh, Alter. Junge weiß nicht. Hm, 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 hm. Ja, 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 ja. Ich hab's schon... Mann, was ist mir erst so schlimm gemacht? Nee. Nein, genau. Die Bearbeitungszeit ist 60 Minuten. Viel Erfolg, euch. So, die Zeit ist vorbei. Bitte legen Sie Ihre Stifte weg. Sofort. Ja, genau. Okay. Ey. Wah, digga. Hertha Rostock? Hertha Rostock? Hertha Rostock? Hansa Rostock? Ja, ich hab gesagt, ich bin taub. Wenn ich und mein bester Freund in der Polizeikarte gefragt werden, ob wir Drogen konsumiert haben. Sehen wir zwei aus? Sehen wir zwei aus? Wie zwei Dudes, die sich illegale Hilfsmittel reinpfeifen? Digga, ich hab jetzt wirklich, no joke, sieben Tage nicht gewixt, glaub ich. Sieben Tage? Nein, länger. Madeira, die ganze Zeit nicht. Neunter? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf Tage. Elf Tage, Chat. Elf Tage hab ich nicht gewixt. Elf Tage. Elf Tage, ey. Elf Tage hab ich nicht gewixt, Chat. Elf Tage nicht gewixt. Und ich sag's euch, wie es ist. Es ist übertrieben abgefuckt. Es ist übertrieben nervig, Mann. Mach's jetzt aus. Mach's aus euch, nimm's dir ab, Junge. Mach das jetzt aus. Das ist krass. Typ, wie sexy kann man sein, lan? Wallah, billah, wie hübsch bist du, mashallah. Ist so. Ist so. Scheihtan, kurse, na. Allah verdammt, Bro. Bei Gott, ich sag's dir wie es ist. Seine Yerim, nigga. Red dich, was ist dein Geheimnis, dass du sieben Tage nicht wichst? Heißkleber. Heißkleber aufm Pissloch. Sexo-Maniak. Herzchlauch. Ahahahahahahaha. Es ich wieder so. Ich mach nochmal die Synthies mit, ich mach nochmal die Synthies mit. Achtung. Wartet. Geil, geil, geil. Nee, ist geil, ist geil, ist geil. Nee, ist geil, ist mega geil.